Stunde noch? Stunde noch, hat er gesagt. Stunde noch. Sebi, Stunde noch! Können wir, oder was? Bist du sicher, dass du alle Kameras an hast? Macht er doch! Vorsicht Sebi, da kommen Menschen! Moin, 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 Verkehr im Wald heute, du. Moin. Moin, 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 Moin. Ein ganchtig Rudel! Ein ganchtig Rudel! Die anderen Wege sind jetzt nicht so belaufen. Komm, du hast ja alle extra engagiert. Ja, ich hatte Angst. Das geht nicht so. Danke! Oh! 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 Entschuldigung! Moin! Sorry! Toll du Vogel! Schön auf Seite gehen und dann biegen sie doch vorher ab. Aber gut, die wissen ja nicht, dass ich geklingelt habe. Oh! Ja! Sehr schick! Ja! Zack! Ja! Ach Mann! Stumpi hat wieder alles aufgehalten! Wie so eine Schildkröte! Ich hab's gewusst! Ja! 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 – Ja! Das war's. ein bisschen schneller hätte man hopsa machen können geradeaus fahren ist manchmal am schwierigsten Jena, lass rollen, Junge, lass rollen langsam Melodie, alles gut, nichts passiert die ist nicht abgestiegen, ist nur davor klappt doch, wo ein Wille, da ist auch ein Weg, oder wie war das? so 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 Bis zum nächsten Mal.